Und über ungeborenes Leben in einer Stückzahl von einer Million im letzten Jahr herausgegeben. Frau Struck, so weit entfernt davon ausreden zu wollen, möchte ich doch daran erinnern, dass ich Frau Merkel eine Frage gestellt habe. Wollen Sie nicht einen Maulkorb holen? Holen Sie doch einen Maulkorb. Gut, ich würde sagen, ich versuche es jetzt nicht. Nein, 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 nein. Ist ja grauenvoll. So, die Tochterkrieg hat uns gesehen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Hat denn die Blutwissen? Das verletzt meine Tochterkrieg, die sieht aus wie eine Sau. Darum gibt es Krieg in der Welt. Darum gibt es Krieg.